Hallo, hier kommt schon mal ein neues Video. Heute zeige ich euch wahrscheinlich noch mal von Loris. Ich habe vorhin schon mal ein Video gemacht, mein Akku war schon leer gewesen. Es war 3%, ich habe ein bisschen aufgeladen, es hat jetzt 18%. Und jetzt habe ich dann jemanden angerufen, wo ich das beendet habe, habe ich das Video jetzt auch gelöscht. Aber die fangen jetzt an mit das Schleudern. Vorhin, wenn sie die Schleuder hat, da hat sie Schäumen und ich fand das voll blöd, der hätte sehr gerne aufgedreht. Aber mein Handy hatte da noch 6% oder 13% da. 13% Jetzt geht die Tasche auf mein Handy wieder. Ich fange jetzt an zu schleudern. Ah, jetzt schleudert sie. Boah, das schäumt ja ordentlich. So hat es vorhin jetzt auch geschäumt. Wollten wir ohne Ende was runter. Meine Nachbarin hat von diesen Flüchtlingswaschmittel von Rossmann einen Tarn. Sie hat ein bisschen zu viel rein. Dann kann man es ein bisschen schäumen. Boah. Hier außen schäumt richtig. Boah. Das schäumt ja ordentlich. So hat es vorhin jetzt auch geschäumt. Das schäumt ja ordentlich. Am Nachbarin hat ein bisschen zu viel Waschmittel jetzt reingetan. Aber jetzt weiter schäumt ja ordentlich. Jetzt wollen wir wieder schäumen. Drittige Schaumpark geht. Drittige Schaumpark geht. Und dann sage ich dann vielen Dank für Susi. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Tschüss. Tschüss.